hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen folge von contagion mit dabei hier minias aka hirnsturz zockt und der mindy und natürlich ich mystic von tergaming und wir versuchen hier gerade diese mission endlich mal zu ende zu bringen ja denn in den ersten beiden teilen oder zwingungsweise im letzten teil der in zwei teilen erschienen ist haben wir so ein bisschen gefällt sind alle gestorben diesmal probieren was dann noch mal richtig man muss natürlich dazu sagen eigentlich war alles schon im kasten ja wir hatten noch eine zweite aufnahme die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht gelaufen aber dann meinte mein spiel sich verabschieden zu müssen natürlich dumm wenn er da liegt direkt nun hier hier aufnehmen komm ich höre hier was wir haben besuch oder liebe herr ist willst du wieder die schrotflinte mystic also ich will sie nicht dann solltest du das hier aufzummen an der wo gott was ist das war wie ein zombie sehr nice reagiert ihr habt den ordnungshüter erschossen wir kommen ins gefängnis sorry hier mal gucken mal auf dem klo waren leute ich glaube wir gehen erst mal hinten noch ran weil hier geht es noch mal durch durch den verhörraum was da so was er hinter der tür gestanden haben der hat sich wahrscheinlich also die tür aufgemacht und hast ihn dadurch weg geschoben so er ist dann umgefallen kommt man hier rein das war schon an der ecke hier oder hier ist nix irgendwie das glas auf dem boden knirscht so eine kamera kann man die mitnehmen und alles dokumentieren so blaridge project mäßig oh jetzt kommen die kollegen durch die tür weißt du wie fett das wäre es gibt doch so ein spiel es gibt doch das müssen wir überlegen das hat der kokain nämlich gespielt das ist so ein solotitel gewesen wo du die kamera die ganze zeit in der hand passt das ist der der ach wie hieß es nochmal das mit dieser irrenanstalt genau so das ach ich weiß nicht wie das hieß ja ich habe es nicht gespielt und ne das ist auch nicht so meins ehrlich gesagt ich mache zombies gerne und so aber so irrenanstalt horror zeug haben wir schon feuer das haben wir noch nicht ne gucken was hier noch ist nischt 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 gar nicht gegen die machen mit mir ein türstreich ja er macht sich die tür auf und ich mach's wieder zu oder ist bescheuert du fasten ja jetzt jetzt plötzlich jetzt kommt plötzlich raus ne kollege und ein mich schon wieder soll jetzt 90 prozent energie verdammt dass sie sind ja echt sowas von zäh diese zombies da bröselt die tür britney mach mal die tür auf zurück 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 das gibt's doch nicht wann also manchmal schon in den shop in den kopf geschossen oder habt ihr doch ihr habt doch die fontäne gesehen hier liegt pistolen munition die ich hab's nicht gesehen muss ich sagen ah ein feuerlöscher die colt hier wer hatte vorhin die colt munition aufgesammelt minias du hattest die waffe dazu auf dem tisch auf dem tisch auf dem tisch nee das war normale pistolen munition hier ist eine mp5 am boden hier am boden hier gut danke das ist mag nur munition ich wollte ich nur mal so am rande mitteilen wir haben hier besucht auf der anderen also ich höre hier was dann geh mal zur seite bitte hier geht aber nicht auf die munition die von hinten auf dem ding sagt war keine magnum äh cold munition weil ich habe nur sieben schuss das ist mp munition wahrscheinlich dann mp munition sehen die offensichtlich sehr sehr ähnlich aus ich geh mal hinten rum und 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 ich habe ein feuerlöscher wir können noch in den bereich wo es gebrannt hat das war doch wo war der brennbereich hier ist der brennbereich mach kurz auf moment ich sehe nichts aber na ich hab da den feuerlöscher und wieso jetzt hat das so licht diese nette dame stand hier hinter der tür jetzt geht die tür auch auf so jetzt ist gut wo bist denn du jetzt immer schon wieder getrennt ist schlecht sehr sehr schlecht nicht kommt zu euch ich weiß ja wo wir sind im brennbereich gut aber hier ist leider nicht was irgendwie ich habe die vermutung ja genau ich habe die vermutung es bringt auch gar nichts rum zu rennen solange wir noch nicht an der anderen tür waren sonst genau zu der wie heißt es hier vorne station one oder wie das heißt weil ich bin mir nämlich ziemlich sicher vorhin waren wir auch schon mal jetzt wir brauchen den schlüssel für die station one schau mal kurz aufs handy ausschwärmen ja lass die mal in ruhe da hinter der tür weil die können wir ja gleich noch weg machen das ist jetzt nicht dass wir die munition hier dann dringend brauchen aber was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert ist ich glaube nicht dass das schlüsselbrett jetzt erst erscheint man kann viele dinge auch vorher schon finden also der schlüssel weiß ich nicht jetzt bin ich in station 2 drin hier ist auch kein ich bin jetzt wieder da wo der schlüssel letztes mal hing aber da ist nix wir laufen schon wieder professionell getrennt kommen wir zu ich ja gut wir haben ja hier eigentlich aufgeräumt in dem konferenzraum grad ich habe schlüssel ach so ich habe schlüssel sehr gut dann treffen wir uns alle wieder bei station 1 ja ich komme nicht durch die tür warum weil was hänge ich denn hier fest das ist hier nee da ist eine glaswand drin und das sah so aus als wäre ich da ich höre sie knurren ich höre sie knurren sie kommen nein aber eigentlich ist ein headshot ich denke mal dass das teilweise wirkt wie ein headshot aber die bewegen sich ja immer so ein bisschen hin und her dass man da gerne mal vorbeischießt jetzt gerade eben sorry kein problem wo ist der da ist der pult vielleicht noch mona auf dem boden danke hier liegt auch noch mal munition munition ich weiß nicht das ist doch das ist mp munition der munition magnum 3 57er magnum ist das ich habe colt habe ich das ist keine das ist die man das ist die andere die rote das ist die die ich nächstes mal richtig genau hier schon auch ja oder aber dann lasst doch die magnum munition nicht hier liegen nein habe ich nicht ach so liegt noch mehr anklicken dass die habe ich nicht gesehen und jetzt alles klar auch nicht in nahkampf gehen mit den dingern das ist einfach zu gefährlich noch 30 leben das ist so krass die sind einfach viel zu stark aber anscheinend kann ich euch als mensch kein damage zufügen doch also also ich meinst du also also durch die kaffeteria gehen da müssen wir nicht lade rampe an die lade weil wir hören es ja hier schon mit dem was wir müssen ja station 3 gehen jetzt erst mal das ist richtig aber hier geht es noch gar nicht durch oder was heißt du da hat eine die tür festgepackt ich habe ihm geholfen das scheint diesmal anders zu sein okay dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hoch ich habe schon mal die ak gefunden wo bist du hier ist noch munition einmal mal ich bräuchte echt leben ich bräuchte echt was wir müssen auf jeden fall hoch hier ist noch munition zwei päckchen einmal magnum einmal in der küche in der küche ich komme kurz runter weißt du so paar blaue bohnen es gibt eine leckere suppe wo ist die alarm konsole aber ich bin gleich da in der küche was dann du nicht so jetzt ich habe nur kurz in alarm was in der küche wie die zombies sind durch in der küche kollege ich renne in die küche und so und denkt da ist wer ja ich bin ja ach die haben die tür kaputt gemacht jetzt müssen wir die lade rampe wahrscheinlich doch mal ist das so b die tür ist durch loading block naja da alles klar hier kommen sie ja was auch nicht ist ist mit dem automatischen nachladen das ist auch was es gar nicht ist dass ich mal durch ach so okay tippt der mal so ich habe zugemacht so schauen wir schnell aufs handy ein bisschen nick loading dock secured oh fuck da kommt mir einer entgegen hier ist noch eine smg im moment ich habe hier gerade deinen alten ego wer will hier auf dem alten staub ich habe eine schöne pistole ist gut ja ich habe auch ich habe noch zwei in der pistole und ich habe noch wenn ihr übrigens die waffe anwählen nimmt euch die munition raus ja habe ich gerade gemerkt bei der smg da ist noch kurz der kurz wo der schädel weggeplatzt oder kommen viele die entgegen jetzt geht zurück geht zurück ok noch mehr die munition aufsammeln die ich meinte sonst mache ich das was für munition pistole und magnum ist pistole munition unbedingt und magnum liegt da noch sebastian ja ich muss doch kurz in der küche was da hinten guck mal da ist beim kühlschrank ja ok das ist super dem los sind schon wieder super zombies von so viele das ist also ich habe manchmal reicht es wenn du einfach nur so ein streibschuss irgendwo am hals oder so und triffst und dann gehen die kaputt ich bräuchte aber immer noch leben das leckt mich also manchmal ich verstehe das nicht man hat das gefühl die sind bulletproof so wie sieht es jetzt aus was müssen wir jetzt machen alles klar also wird es jetzt irgendwo oben weiter gehen so hinten oder hier war das ja die offices waren da hinten müssen wir jetzt erst vielleicht hier geht party hat jemand eine granate eigentlich nicht vom anderen teiler oder schlagen sie gegen ich habe ein bisschen angst wir müssen die bloß hier an der tür empfangen genau da hätte ich auch gesagt wo ist mystik ich komme ich habe keine munition was eigentlich sehr blöd ist wenn ich hier alleine rum rennen seid ihr schon im büro ja wir warten jetzt auf dass sie die türen fertig eingeschlagen haben wobei das kann sich noch wo seid ihr dort wo wir gerade die treppe hoch sind sind wir nicht im büro genau wir sind im büro natürlich ist unser büro hier mach jetzt mal auf so gehen wir weg lassen wir durch die tür kommen so ein bisschen gefiltert ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen dass ich dem min jetzt einfach gar nicht zuhöre wenn irgendwas sagt weil es einfach gar nicht stimmt aus prinzip wir müssen jetzt in den keller steht so wir müssen noch auf dem roof aber egal was im keller du hast ja das vorhin oder oder wir sind im büro ich renne zum büro da ist einfach erstmal keiner ach ich dachte da kommt einer von oben ich habe noch zehn leben kollegen ein schlag und ich bin mause so wo müssen wir hin guck mal aufs handy zu die office ist sie office waren unten oder nicht unten die office sind auf dem stockwerk hier da hinten wieder kollegen doch doch hier ist irgendwas da hinten wo die zombies herkommen da müssen wir glaube ich lang für die office ist wir laufen schon wieder getrennt ist gut nicht gut also der mindy der der also hier geht es zu den offices und da brauchen wir einen bolzenschneider ok bolzenschneider finden wir ja wo dafür wir suchen erstmal irgendwie noch ein bisschen was ab wir brauchen glaube ich munition ja wir brauchen so manches ein bolzenschneider munition äh freunde warte mal hinten ist der hier kommt mal und kommt mal mit hier ist der munitionsraum sind ja die offices hier ja aber hier hinten ist ein munitionsraum ah der munitionsraum hast du den da hinten ja da ist auch ein zombie drin pass auf naja bis jetzt hallo da hängt was raus aus dem kopf was ist passiert na 1mg munition hier ist einmal magnum sehr gut ne das ist keine magnum gewesen das da nicht ne ne ich hab jetzt nicht mehr bekommen also nichts ich kann mal die 1 umschalten da hab ich 23 schuss drauf und auf dem colt hinter die hinter die hinter die hinter die boah das war knapp holy shit wo kam der denn weg ich hab doch vor zwei sekunden geguckt ob hier einer kommt die sind schnell ja was du nicht sagst die sind schnell natürlich so die smg ist definitiv besser als diese komische tmp oder was auch immer das ist oh wieder zurück 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 boah das gibt's doch nicht die sind aber echt aggressiv die zombies das ist aber auch die haben schon was gegen uns irgendwas läuft hier schief irgendwas die mögen uns nicht ich lösche mal ein bisschen feuer das kann ich wenn ich nichts kann feuer löschen kann ich ich hoffe dass wir hier irgendwas leben oder sowas wissen gibt's glaube ich aber echt nicht in dem level es könnte auch sein da wir zu dritt sind also ich bin mir relativ sicher dass wir schon mit leben gespielt haben allerdings ich kann natürlich in dem escape mode gewesen sein es ist durchaus ich sehe wieder nichts nee hier ist überall rauch hier geht's weiter hier kommt wieder einer hinter uns irgendwo wo ist denn da kommt er hier bin ich uiuiui gleich zwei Schwestern von dir große Familie bin ich unbedingt stolz drauf aber ja weiß der wie das ist die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen zum anbeißen hallo hallo hm ok hier vielleicht was drin hier ist einmal magnum munition wo in dem büro officer büro hier 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 telefon nix geht die telefonieren nach haus direkt am schreibtisch äh am computer links ich würde jetzt ehrlich gesagt auch meine mama gerne anrufen nee ist wieder keine magnum ich hab wieder die falsche moon angesammelt ich hab grad magnum drauf dann hast du keine colt ich hab ein colt 1911 der videobeweis folgt wenn die also so fährt die Hilfe blablablablablabla blablablabla blablablablabla ja hier ist auch noch ne Tür warte mal ich guck mal hier im nee ist gar nix hallo hier ist er ne doch nicht max payne na bullet time ausgelaufen hm das war eines der besten spiele wenn ihr mich fragt hm man glorifiziert hier jetzt hab ich moon bekommen jetzt die packung war ähnlich aus aber was meinst du mit man glorifiziert ja manche spiele die man von früher kennt also man man findet spiele in erinnerung manchmal besser als sie wirklich waren also das stimmt ok wobei ich auch sagen muss dass ich max payne was ist mit dem zombie los der buckt sehr oft durch gespielt habe also ich spiele das eigentlich pro jahr mindestens einmal durch weil ich dann ich mach mal das feuer aus ne there is a large fire blocking our path we need the fire extinguisher prisu wird feuer werden wir haben uns auch verarscht ich hätte nicht gedacht dass ich hier den feuerwehr simulator 2013 kaufe habe ich gesagt ähm das will nicht aus unten auf die feuerquelle seht ihr ja geht doch der fire has been put out ja so sieht es aus ah jetzt man muss wirklich gut rangehen falsche waffe nehmen die 3 ähm lasst uns mal hier eine aufnahmepause machen wir müssen ja jetzt aufs dach jawohl äh wie sieht denn eigentlich mit eurer energie aus mindy hat 84 sieht schon mal super aus und ja und ja genau das meinte ich würde sagen du hältst dich dann im nächsten Teil zurück mach ich ja wenn es euch gefallen hat gebt uns einen Daumen hoch schreibt was in den Kommentaren vielleicht schaffen wir es ja diesmal ja wir machen hier einen kleinen break bei bringt uns die Daumen ja bitte bei Dippen Donuts und Kaffee sehr gut das kann nicht schief gehen bis dahin